rauszukommen. Oh, das passt mir eigentlich ganz gut. Kann ich zumindest spielen. Mit Ex habe ich das letzte Mal total versagt. Naja, gut. Mist. Gut, was soll's? Ah, ja. So, was haben wir denn? Meiste haben uns am Ziel schon gewählt. Das ist so... Alter. Ja, wir haben da echt schlechte Chancen. Voll queen of pain size. In der Rucker. Wir haben schon... Wir haben auf jeden Fall eine gute Grundlage. Die Frage ist, was wir daraus machen. Ähm... Ist doch einer in mir... Wo hab ich denn das Konzept her? Irgendwo hab ich's mal her... gehabt. Ja, komm. Ja. 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 Wechsel aufrüsten. Auf jeden Fall. Wir werden schon wieder 10... Low priority Spiele haben. Hm. Hm. Ich versuch grad. Ähm. Hm. Ich versuch mal nur Kara Weiss hier mal spielt. Hm. Beginn der... Digital Sports. Oh, Triviert. So ist er. Mann. Der Lord. Was macht der da? Hiya! The night sees all... On the prowl. Illuminating. Hands up. Was ist denn? Ja. Ich hatte tatsächlich 3000 Stunden. Das wär' natürlich wunderbar. Das wär' natürlich wunderbar. Es gibt allerdings die Frage, warum er Low priority ist. Weil das ist dann wiederum... ziemlich verwunderlich. Low priority bei... Ja gut. Wenn er... Wenn er einmal ein... Spiel hatte oder so. Oder mal weg musste. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt kommt ja alles vor. Und auf einmal landet man den Low priority. Hm. Hm. Wenn er noch Penis drauf... ...gegangen. Hm. Let's go. Ist ein bisschen dämlich. Hm. Ja gut. Na scheiße. Warte mal. Warte mal. Gute mal. Level 2 war der noch nicht. Ah. Oh. Glück gehabt. Ah, ja, ja... Nein, ich glaub nicht, Schnell. Deshalb geht's doch danach, naja kann man nachdenken. Glaub ich. Kein Mal lang. So ein Mist. Wo ist das denn die Schuhe da drin? Da haben sie auch geändert, ne? Warum ist Zeus eigentlich noch tot? Das ist ein Spiritbreaker. Bei denen mache ich nicht gerade Sorgen, dass der irgendwo aus dem Gutsch rausspringt bei uns. Und mich denn aufs Korn nimmt. Na, guck mal wer da ist. Oh ja, das ist gut. Schade. Oh, shit. Ich muss zurück, wenn er jetzt kommt, sieht man ihn vorher. Boah, verdammt. Ja gut, jetzt wird man ihn nicht mehr vorhersehen, das wäre ein bisschen ärgerlich. Puh, ähm. Blaum Slark. Okay, er ist da lang. Ja gut, dann wird er wahrscheinlich sterben. Davor haben wir jetzt aber... Nein, doch nicht. Okay, das ist verwunderlich. Oh, okay, da partiert jemand hin. Und... Underlord geht's. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. I'm under the ground. I'm under the ground. I'm under the ground. I'm over. I'm over. You took the bait. I'm over. You took the bait. I'm over. I'm over. I'm under the ground. I'm over. I'm over. Das wird es schützt. Absolut. Lunar Light! Los geht's! Piercing Light! Scheiße! Soll ich mal rausgehen, da? Schade. Machina Gold! First Tower Kill wär immer noch drin. Ja, es ist natürlich schon raus. First Blood ist gegen die anderen. Ja! Was? Worthy to- With Mid-Tire taking damage? Slice! Also. Quickly now! We raid! Smart Breaker, ja. Der Blut noch fehlt noch. Boah! Boah! Lecker mio! Was? Was? Zur Hölle? Good Plan! Was ist denn der scheiß Kurier nicht zu mir gekommen? Oh, da war jemand. We raid! Bird Breaker treibt dich da rum. Ich lasse mich die ganze Zeit verleiten, den Wüßchen füllen. Aufzurüsten. Ah. Gut Plan! Dang it! Ich lasse mich jetzt hier verleiten. Unglaublich. Was? 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 Nein, zwei, eins. Stalking! Mist. A dominant performance. Dominiert! Quickly now Manicht is her, los Mist Verdammt Das Tower wäre immer noch eine Option, das Problem ist einfach, er ist tatsächlich schon Level 10 und ich bin noch auf Level 5. Sagt ja schon alles. Dang it. Verdammt, es ist noch Priority. Ja. Auf der Hunde. Jetzt sind wir hier. Das heißt Zeiss. Er hat mich aber nicht gestorben. Er ist jetzt erst mal. Er ist jetzt erst mal ein Mörder. Ein ganz viel Mörder passiert hier. Double kill? Scheiße. Mist, dass ich gut bin. Brauche ich noch eine ganze Weile. Das hätte ich wieder stacken können. Ich weiß nie. Ja. 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 Das ist sowas von vorbei. Das ist unglaublich. Ja. 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 ffiti Раз. Da. Ja. Ja. Hallo. Mann. Ich meine, 0-3-2 ist jetzt nicht optimal, aber bei 13 Gegner-Kills, ja, Payne mit 4 Toten. Ja, ich weiß nicht. Oh, schütze, nirgends jetzt. Scheiße. Ja, ich weiß. Nein, er ist hier weggeronnen. Das hast du nicht mehr gesehen, das hab ich hier sehen. Unglaublich. Glück gehabt, ich hab's geschafft alleine, nur alleine gestunt zu werden. Komm schon. Oh, komm. Mega-Kill. Bottom-Tower being attacked. Pfff. 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 Wäre da nur einer mitgekommen, der Slark ein bisschen geärgert hätte. Komm schon, verdammt. Welches Level ist der denn? 14. Oh Gott. Unglaublich. Selbst wenn ich jetzt farmen würde, sodass ich auch annähernd irgendwie ans Level von irgendeinem Gegner rankommen würde, wenn ich das denn eben irgendwie schaffen würde. Boah. Das war so kompliziert. Und das wäre dann zum weiteren Spiel wäre das kompliziert. Was ist das denn für eine Scheiße? Was ist denn los? Stack, wunderbar. Nehme ich wenigstens was aus dem Shitspiel mit hier. Nein. Tja, das war ein Versuch wert. Und der Stunt von Spirit war nicht schlecht. Jetzt mal irgendwo die Range? Nein. Aber... Aber... Bäh. Bäh. Schlecht. Bäh. 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 Ich würde irgendwo behaupten, dass das irgendwie strange wäre, aber... Ah leco mio Ich muss mir das echt mal durchlesen, weil mir ist das gerade eben schon aufgefallen, dass das wesentlich öfter aufleuchtet. Das würde ja, das wäre zum Stacken, wäre das sehr interessant. Man könnte viel mehr, viel schneller vor allem stacken. So, ich bin ziemlich nüber, mit diesem Glück. Das ist einfach... Oh, das ist einfach so. Oh Mann, Mann, Mann. Weißt du, hätte ich mal hier ein bisschen... Hätte ich am Anfang ein bisschen aufgepasst. Ich müsste mir mal... Mal durcharbeiten. Ohne Skillbaum, dass ich da nicht verleitet werde, die ganze Zeit. Eifel haben sie erledigt, okay. Ah, oh, oh. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dass Birdbreaker jetzt gleich hier ankommt, damit rechne ich allerdings schon. Ich bin echt mal gespannt. Oh, habe ich jetzt eigentlich was abbekommen? Scheiße. Das wird gleich Spiritbreaker auftauchen. Dass der so lange braucht, Betäubungsdauer, ja. Aber die Verzögerung. Wenn ich aus dem Stun aufwachen würde, dann sagt Betäubung, dann könnte der mit seiner... könnte seine Ulti vergessen, wenn die abgebrochen wird. Aber... Boah. Weißt du? Ich meine... Es war ein Versuch wert. Ich war mir nicht sicher, welches... Ich bin mir nicht sicher, wie viel Leben der Turm davor hatte, aber... Es ist einfach... Alter, du hättest den anderen Angriff nehmen müssen. Boah. God. Jetzt habe ich 10 Tote und jetzt sieht es aus, als wäre ich da... Blöde. Ja. Von Frieden her. Ich bin es ja gar nicht. Das ist das... Mist. Mist, Mist, Mist. Scheiß Law Priority. Diese gottverdammten Leute, die das mit Absicht provozieren. Das Problem ist einfach, man muss nur am Anfang vom Spiel das Spiel einfach nur aufgeben. Und dann hat man es ja schon erledigt. Denn wenn du das zweimal machst, bist du Low Priority drin. Und wenn du das mehrmals machst und dann Low Priority jedes Mal gewinnst, dann... Also wenn du da wieder rauskommst und das wieder machst, dann stackt sich das ja im. Ich hatte ja auch erst nur eins. Dann kam zwei, drei, vier. Ich hab keine Worte mehr mit diesem Zeus, ey. Ich hab eineomer. Top tower under siege. Oh, what a pity. You've lost your top tower. Unglaublich, eh? Ready for battle once more. Quickly now. Hmm. Okay, cool. Rainn ist immer noch unterwegs. Das hätte ich jetzt nicht gerade erwartet. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein! Du hast... Hehehehe. Not so fast. Oh, Gott. Junge. Das ist so unglaublich. Das ist so unglaublich. Okay. Okay, er ist weggeportet. Schade. So. 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 Das ist so nervig. Das ist so nervig. Dann... Dann würde das Ganze... Dann würde das Ganze ganz anders aussehen. Aber naja. Da muss man ja nur mal gucken, wie schnell das hier geht. Muss man ja nur mal gucken, wie schnell das hier geht. Das ist so nervig. Der Mann hat dir nicht mehr zu vertraut. Die Mann hat dir den Mittal-Tan. Der Mann hat mir nicht mehr zu vertraut. Der Mann hat dir den Mittal-Tan. Das ist gut. Da ist gar keiner in der Nähe. Hm. Spät aufgefallen, dass er den Night werden kann. Ich mag nur nicht. Was ist das denn hier? So. Und deswegen haben sie mich nicht angegriffen. Scheiß drauf. Scheiß auf den Stack. Hm. Mein Gott, ähm. Wenigstens versuch ich es. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das ist so ätzend. Wow, ich bin ein bisschen nervt. Man, lange nicht mehr so ein schlechtes Spiel gehabt mit Luna. Hm. Hm. Oh dear, well that's one less middle tower for you. Bad news for your ancient right now. The night sees all of us. Bad news for your ancient right now. Bad news for your ancient right now. Gut, noch eine Runde Low Priority. Also langsam wird's echt nervig und ich muss mal durchlesen was die gemacht haben, weil der sieht, das ist teilweise echt so heftig was da abläuft und so strange, dass manche Sachen... Ich muss da mal gucken. Also ich lese mir das Update jetzt mal durch und dann ähm ja, versuche ich's nochmal. Ciao. Ciao.